Alright people, welcome back to Sparfeet! Heute habe ich mir was überlegt. Und zwar haben sich viele gewünscht, dass ich wirklich mal ein ganz, ganz einfaches Anfänger-Tutorial mache, wie man Kicker fährt. Und ich habe mir gedacht, ich nutze die Zeit vor dem Lockdown noch und mache das. Und ja, wir fangen eigentlich jetzt auch schon an. Und zwar, ihr seht, hier ist kein Jump weit und breit. Aber das ist auch Sinn der Sache, weil ihr fangt natürlich nicht an, indem ihr einfach irgendwelche Jumps fahrt, sondern ihr fangt wirklich mit den Basics an und das ist wirklich eure Körperposition. Das Wichtigste ist nämlich eine richtige und gute Körperposition während dem Kickerfahren. Und zwar, unsere natürliche Körperposition beim Fahren ist nämlich so. Unsere Schultern sind immer leicht geöffnet beim Fahren, also ihr fahrt quasi so. Wenn ihr das beim Jump macht, wo ihr ein bisschen mehr Airtime habt, dann dreht sich das Board mit. Das heißt, eure Position beim Jumpen oder wenn ihr anfangt Kicker zu fahren, ist immer parallel zum Board. Dass euer Oberkörper und euer Board quasi eine Linie ist. Weil wie gesagt, sobald ihr abhebt und euren Oberkörper dreht, dreht sich euer Snowboard mit. Und ihr kommt in einen Spin rein, sozusagen. Wollen wir am Anfang nicht. Wir wollen eine gute Technik am Anfang, damit ihr keine Probleme habt, auch größere Jumps zu machen. Das heißt, das Allerwichtigste ist die parallele Körperposition zu Board und die Bewegung aus den Knien. Das heißt, ihr geht wirklich in die Knie bevor ihr jetzt Jump fahrt und drückt euch weg, poppt euch quasi weg. Entweder mit Olli oder am Anfang auch. Einfach wegpoppen und zieht dann die Knie an. Und das Wichtigste ist, übt es wirklich auch auf der Piste oder übt es hier im Stehen. Das heißt, richtige Körperposition. Schaut in die Richtung, die ihr fahren würdet, in Anführungszeichen. Geht runter in die Knie, stellt es euch vor, zieht die Knie an und landet. Das macht ihr einfach wirklich ein paar Mal, um einfach das Gefühl zu bekommen. Alright, zweiter Step auf der Piste. Einfach am besten ein flaches Stück raussuchen, wo es nicht zu steil ist, dass ihr euch wirklich auf die Technik konzentrieren könnt. Schultern gerade. Alright, so, wenn ihr jetzt quasi die Position wisst, die ihr habt, wie man springt, die wir gerade durchgegangen sind am Anfang, dann ist der nächste Step ein Jump zu finden, der zu euch passt. Und zwar, solltet ihr nach einem Jump schauen, der wirklich klein ist. Das heißt, schaut euch die Ski-Map an oder schaut euch die Maps an von dem Ski-Gebiet und schaut, ob es ein Beginnerpark ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ihr anfangt, dann wollt ihr solche Jumps und ihr wollt nicht solche Jumps. Genau, also, ihr schaut nach solchen Jumps. Der Jump ist wirklich der perfekteste Jump zum Anfang. Ihr habt einen Absprung, ihr habt ein Table und eine Landing. Absprung und Landing sind auf derselben Höhe. Das heißt, das Verletzungsrisiko ist quasi nicht vorhanden. Der einzige Unterschied, den wir jetzt eigentlich noch haben, von der Position, die wir eben gelernt haben, das heißt, schultern und in eine Position, keine geöffnete Position, sondern gerade tief gehen, abspringen, Knie hochziehen und der Jump. Der Unterschied, die Airtime. Also, eigentlich ist es nicht viel anders. Das heißt, wir probieren das jetzt und umzusetzen auf den Jump und let's go. Bevor ihr losfahrt, ist es ganz wichtig, dass ihr euch andere Fahrer anschaut, wie schnell sie sind. In dem Fall war es leider gerade kein anderer da, aber ich wusste den Speed auch, da ich ihn vorher schon gesehen habe. Ich fahre jetzt los, konzentriere mich darauf, dass ich eine gerade Linie habe. Ich mache jetzt hier nochmal einen kurzen Cruiser sozusagen. Gehe dann in die Knie. Das war etwas spät, ihr müsst darauf achten, dass ihr nicht in der Tranny, also quasi hier in die Knie erst geht, sondern auf jeden Fall zwei, drei Meter vorher. Und dann steht ihr mit der Tranny sozusagen auf. Also ihr könnt jetzt sehen, meine Arme gehen nach oben. Ich stehe sozusagen mit der Tranny auf, poppe mich weg von meinem hinteren Fuß, ziehe die Knie an und lande. Was ihr auf jeden Fall vermeiden solltet, sind zu viele Speedchecks und Kurven, wie ihr da sehen könnt, weil ihr dadurch instabil werdet und auch meistens zu kurz kommt wie in diesem Fall. Alright, also eigentlich sind die wichtigsten Steps, die wir machen wollten, weil wir anfangen wollten mit Kicker fahren. Wirklich, die Position. Übt es mehrmals wirklich auch im Stand mit eurem Snowboard an. Schultern geschlossen, nicht die Schultern öffnen. Die Knie gehen, die Knie anziehen, landen. Die Knie sind immer, beides sind immer stark, sag ich, beides sind immer fest sein. Dann, wenn ihr einen Jump findet, geht in den Beginnerpark, schaut euch wirklich die kleinsten Jumps an, die es gibt. Dann schaut euch die anderen Fahrer an, wie viel Speed brauchen sie, wie viel Kurven machen sie oder fahren sie straight. Und dann macht genau diese Bewegung, die ihr eben auf der Piste quasi die ganze Zeit lernt. Schultern geschlossen, runter in die Knie, Knie anziehen, wieder landen. Macht genau das am Jump, weil eigentlich ist der einzige Unterschied nur die Airtime. Also eigentlich ist das Jump zwar gar nicht so schwer. Also that's it, ich hab's euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ja. 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 Ja.